herzlich willkommen meine lieben freunde hier bei minecraft es geht weiter auf zur folge 358 obwohl ja zurzeit mir das irre spaß macht auf dem server zu spielen dürfen wir natürlich hier diese welt nicht vernachlässigen so ich wollte ja jetzt noch ein bisschen an dem leuchtturm weiterbauen da brauchen wir birkenholz oder wollte ich jetzt wieder in den nether wie es aussieht wollte ich erstmal in den nether kann mich gar nicht mehr erinnern dann lassen wir den leuchtturm erstmal gehen wir diese folge wieder in den nether hinunter und da sind wir im nether juhu nether 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 hier ist aber laut hier ist aber laut im nether fangen wir gleich mal mit der bahne wo ich hatte ja ein tipp dass ich vielleicht die bahn hier ein bisschen kleiner bauen sollte schneller geht weil ich mich ja beklagt hatte ich mich ja beklagt hatte aber wir werden mal weiter machen so gucken wir mal nein was war das denn warum ist denn der jetzt da runtergefallen ich hatte doch die schleichen taste gedrückt nein mann nein ach jetzt muss ich mir den ganzen weg noch mal dadurch latschen ja 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 und die musik ist natürlich auch gerade so ein bisschen anstrengend mit dieser total schrägen was haben wir hier dieser total schrägen gitarre lass uns mal hier ein bisschen Quarz abbauen xp sammeln haha können wir bald wieder was verzaubern war so viele wie wir jetzt haben so die schrägen wir noch mit gut dann werden wir jetzt wieder rein in unseren tunnel rein dingsen so hallo 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 so die tür automatisch wieder zu nö was essen müssen war und weiter geht's ich mal hoffen dass ich diesmal nicht runterfalle so alter wie du da reingekommen bist frage ich mich echt so jetzt schleichen taste darf ich jetzt natürlich nicht loslassen so weiter geht's okay es ist ein bisschen aufwendig ich gebe es zu ich wollte ja eigentlich offline aber ich hatte jetzt so viel mit dem server zu tun dass ich offline gar nicht dazu gekommen bin heute habe ich folgen paar folgen banished aufgenommen naja und so kommt das eine zum anderen so ich habe das noch mal angeguckt ich habe ja so keine ahnung so sagen wir mal um die zehn aufrufe pro folge vielleicht auch zurzeit ein bisschen viel was ich hochlade drei videos am tag mittlerweile also muss eigentlich nicht sein war seid ja auch ein bisschen überlastet wenn das dann alles man sieht hier schon die hand von meinem neuen von meinem neuen skin den werdet ihr dann sehen in den welt dann nicht sehen ihr werdet da erst sehen wenn jemand anders in let's play mit mir zeigt nächsten monat muss ich mir dann noch einen neuen was heißt muss nächsten monat kaufe ich mir noch einen weiteren nein weiteren minecraft account dass ich dann auch wirklich für andere als ufo mein zu sehen bin und nicht mehr als magiator und wir bauen hier weiter so ich werde sag mal das hat doch das schon wieder nicht geklappt oder ich werde jetzt diesen schweinemann nicht erschlagen obwohl ich es gerne würde guck mal jetzt sind wir schon da können wir gleich mal erforschen was da ist sobald wir hier ein bisschen weiter drüben sind so die musik ist gerade ein bisschen leise ist da überhaupt noch musik jetzt wird es ein bisschen lauter so jo weiter geht's hier mit minecraft weißt du wenn ich dich jetzt runter schubst du sag mal das ist doch kein angriff oder ist das ein angriff wird nicht als angriff gewertet so weiter geht's jetzt lass uns doch wo schon wieder alle siehst du das geht weg wie nichts wie die warmen semmeln so zu sagen so kann man da noch unterfallen eigentlich mittlerweile nicht mehr war oder mit gedrückter maus mit gedrückter schleichen tast ist ja der hammer guck mal jetzt kann ich hier von außen bauen das ist natürlich auch nicht schlecht geht ein bisschen schneller auch nicht schlecht bauen wir mal eine runde von außen na ein paar stellen haben wir noch ein paar pfeile haben wir auch noch falls wir es nicht mal angegriffen wären sooo ok sehr schön sehr schön das hier hacken wir mal raus brauchen wir nicht da fällt mir gerade ein wozu schlage ich ihn eigentlich raus da würde ich doch zeit und geld sparen wenn ich ihn nicht raus schlage naja ist halt das was ihn stört wäre jetzt die brandgefahr war wir haben ja die brandgefahr im prinzip wenn wir die roten steine nehmen und schon sind die steine wieder alle ne 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 los dann gucken lass uns mal hier forschen was es hier so gibt schönes jetzt mal hier vielleicht mal gucken das machen wir mal aus hier ausmachen ausmachen ist hier irgendwas ah hier geht es runter ok da wurden wir gleich mal angegriffen ach hier waren wir schon mal bis hier hinten waren wir schon äh ja stimmt hier oh 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 nee lass mich wo ist denn der naja also irgendjemand hat mich jetzt eben ganz böse angegriffen hop 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 aha schon wieder da ist er oooots Angriff macht den fertig ich mach den fertig hahaha getroffen jetzt haut er schnell ab junge 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 das sind auch verrückte machen wir noch ein paar fenster hier rein da 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 so und jetzt kommen die fenster rein So, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Abbauen. Haben wir noch Schienen dabei? Nee, da haben wir gerade nicht. Natürlich Luxus pur, was? Hier jetzt diese ganze Bahn mit den Fenstern noch zu bauen. Man könnte eigentlich auch mal wieder eine Tür so langsam hier zwischenbauen. Okay, dann lass uns doch mal noch mal gucken, wie viele Blocks haben wir denn jetzt mittlerweile, wenn wir jetzt zurücklaufen. So, warte mal nochmal. Jetzt haben wir 507. 507 und jetzt fahren wir mal zurück. Na ja, das ist schick. Jetzt kriegt er noch ein bisschen Speed. Oh, hoffentlich zählt das jetzt nicht als Mordanschlag. Ja, kriegen wir den irgendwie runter, damit der Zweier gleich oben bleibt. 500, oh, jetzt haben wir immerhin schon 900, fast 900, äh, Quatsch. 90 Blocks, also fast 100, das wären dann in der realen Welt, äh, wären das, ne? Da wären das, ähm, ba 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 ba. Brauche ich hier noch irgendwas? Nö. In der normalen Welt wären das mal 7, dann 700, jetzt fährt der schon mit dem Ding da. Das gibt's doch gar nicht. Hat der sich ja reingesetzt. In der normalen Welt wären das 7, also mal 8. Überhindert mal 8 sind, naja, wiss ich nicht, 1900, so 900 Blöcke weit wären das oben dann. Naja, so, so, gucken wir mal. Hier fehlt doch irgendwas. Warte mal, geh mal wieder rauf hier, fahr mal. Kann man das langsam machen. Hm, jetzt kann ich jetzt auch nicht, wenn ich jetzt dieses Ding schlage, dann denkt der, ne, ich hab's geschafft. So, dass er sich nicht angegriffen gefühlt hat, das ist schon mal schick. So. 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 Was? Habe ich nur zwei Schienen mitgenommen? Ach, Menno. Naja. So. Hier bauen wir noch eine Tür ein, würde ich mal sagen. Hier. Hier bauen wir eine Tür ein. So. So. Ah, genau. Ah, guck mal, da ist einer rausgefallen. Hehehe. So. Wie kommen wir hier wieder rein? Ah. Oh Gott. Oh Gott. Das ist dieses Lava-Denk. Das müssen wir ganz schnell, äh, aufgeschließen hier. So. 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 So, 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 so. Schön zu machen. Ähm, wenn wir es abbauen, haben wir einen Scheiß, ey. Dann stürzt es aber voll runter. So. So. Dann haben wir hier noch einen Eingang. Wofür auch immer wir den gebrauchen werden. So. Machen wir mal eine Fackel rüber. So. Und dann kommt jetzt die Tür hier rein. Mhm. So. Und ein Türchen. Ah. Zack. Sehr schön. Zack. Die muss man natürlich selber zumachen. So. So. Weiter geht's. Ich habe gar keine Schienen. Aber ich habe... Ich habe das Mindcard dabei. Dann kann ich ja wieder zurückfahren. Meine Strecke. So. Losfahren. Geht da ein bisschen schneller. So. Schluck Cola gedrucken. So. Was brauche ich jetzt? Schienen. Die ich natürlich nicht mehr habe. Und Steine. Und Steine. Habe ich noch ein paar. Also Schienen brauchen wir. Dann müssen wir noch mal in die Oberwelt. Jawoll. Da müssen wir noch mal in die Oberwelt. Und da ist es jetzt dunkel gerade. Müssen wir da eigentlich Angst haben. Ach guck mal Schienen. Wie viele Schienen hier noch sind. Wie cool. Ach ja. Da hatte auch jemand die Idee Glostonen anstatt Fackeln rein zu machen. Ist auch eine sehr coole Idee. Schienen. Äh. Schienen. Und. Haben wir noch mehr Schienen hier? Bestimmt. Oh Mann. Schienen. 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 Ohne Ende. Aber normale Steine haben wir nicht mehr. Komm wir gehen wieder hoch im Nether. Brauchen wir nicht schlafen. Da 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 da. So meine Nebenfreunde. Die Folge neigt sich dem Ende zu. Na los komm. Eine Runde. Spiel mal. Ein paar Minuten noch. Ja. Ha. Und wieder habe ich die Steine vergessen. Habe ich die Steine vergessen. Dann muss ich aber oben mal schlafen. Warte mal. Dann müssen wir noch mal hoch. noch ein paar Steine holen. Ich glaube aus dem Auf. Aus. Ups. Aus meinem. Aus Pupsdorf. Die ganze Steine habe ich glaube ich schon geholt. So. Dann werden wir vielleicht mal. Warte mal. Wir könnten uns doch jetzt einfach um Steine zu erhalten. Um Steine zu erhalten. Das ist ja hier ein riesiger Kiesberg. Um Steine zu erhalten könnten wir jetzt einfach uns irgendwo runter graben. Genau. Und das machen wir am besten. Habt ihr das gehört? Da war ein Creeper. Habe ich eindeutig gehört. Ein Creeper. Hier. Weißt du. Hier werden wir uns jetzt mal runter graben. Ach ne. Das ist ja nur ein künstlich angelegter Hafen. Hier. Guck mal. Hier werden wir uns jetzt mal runter graben. Vielleicht haben wir sogar Glück und finden noch ein paar Diamanten. Haar. So. Jetzt geht es hier mal runter. Da 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 da. Und dabei werden wir natürlich jetzt ohne Ende Steine für unseren Tunnel gewinnen. Ja ba ba. Da ba 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 ba. So. Sehr schön. Und es geht weiter runter. Hier kann man eine Fackel hinstellen. Und es geht noch weiter. Ups. Wir sind ganz entspannt. Ganz entspannt. So. Wie sieht es für mich aus als wenn das Lichtlevel da eben kurz mal zugenommen hat. Aber warum weiß ich auch nicht. So. Welche Ebene sind wir denn jetzt? Das wäre mal interessant. Wir müssen doch jetzt schon ziemlich tief sein. 59. Eieiei. Na gut. Wir müssen auf 11. Sollen wir mal ein bisschen was essen. Mamamamamamamamamamamam. Gut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wenn wir hier mit unserem Strip. Strip Mining. Strip Mining. Strip Mining. Strip Mining. Weiter runter. Und dabei bauen wir uns schön Steine ab. Da müssen wir wieder einen einsetzen. Ah guck mal wir haben schon ein Stack. Sehr schön. Äh. 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 Okay. So. Und hier bauen wir noch ein Fackelchen ein. So. Sehr schön. So meine lieben Freunde. Vielleicht haben wir Glück und finden dann sogar Diamanten. Ähm. Danke fürs zuhören. Und auf Wihö.